Jetzt sind wir hier am Essie Stand und hier gibt es die schönsten Nagellackfarben und die haben auch eine neue Kollektion, die Retro Revival Kollektion und ich glaube das wird hier auch gerade aufgetragen, richtig? Absolut richtig, das ist unsere neue Kollektion von Essie und ist aber jetzt erhältlich und sind sozusagen die neuesten oder die besten Nuancen, die es hier bei Essie gab. Ach und das bedeutet quasi Retro Revival, da gab es also alle schon mal die Farben und das sind die schönsten gewesen und jetzt kommen die nochmal. Zeig mal, was für Farben es da gibt. Ja, wir haben ein ganz schönes Blau, ein Glitzerblau. Genau, schön gekennzeichnet. Disco Disco. Ja, dann haben wir auch ein schönes Rosa, das auch schön leuchtet. Genau, dann haben wir unter anderem ein schönes Braun, das auch so ein bisschen ins Rötliche reingeht, auch so ein bisschen mit dem Glitzerschimmer mit dabei und unter anderem auch so einen Newton, genau. Den liebe ich. Ja, ganz schön deckend auch und ja, auch was so ein bisschen, um abends wegzugeben, was schön glitzerndes. Gibt es denn verschiedene Farben für verschiedene Hauttypen? Sagst du, okay, du bist jetzt eher so der dunklere Hauttyp, dir würde ich mehr mal so ein, keine Ahnung was. Ja, also ich würde sagen, gerade so auch für die dunkleren Hauttypen sind auf jeden Fall knallige Farben ganz innen. Genau, wir haben jetzt auch eine ganz neue Kollektion auch rausgebracht, eine Spring-Kollektion und die sind total kräftig, die Farben und passt super zu einem dunkleren Hautton. Was ist für mich, ja? Wenn ich mich jetzt aber entscheiden müsste, würde ich komplett was anderes nehmen und zwar den Newton. Geht das auch? Auf jeden Fall. Also Newton geht auch bei jeder Hautfarbe, bei jeder Haarfarbe passt eigentlich zu jedem, ja. Perfekt. Ich trage mir das gleich mal auf und die Retro-Revival-Kollektion gibt es ab morgen überall da, wo es Nagellacke gibt, richtig? Absolut richtig. Also ab zum nächsten Drogeriemarkt und die Retro-Revival-Kollektion holen. So meine Lieben, ich habe ja gesagt, ich mache all das hier heute live für euch vor Ort, was ihr nicht machen könnt und ich bin mir sicher, wenn ihr hier gewesen wärt, dann hättet ihr sehr gerne ich da mal umarmt, richtig? Und das mache ich jetzt für euch. Hallo meine Lieben. Hi, wie geht's? Sehr gut, wie geht es denn dir? Auch super, ich bin froh hier zu sein. Essie, was ist deine Lieblingsfarbe, wenn du dich einmal so umdrehst? Oh Gott, die Farbe, die ich jetzt gerade drauf habe, ist glaube ich hier so ein Ton, also ein Nude, ja genau so ein Nude-Ton, genau. Sehr schön. Hast du die neue Retro-Revival-Kollektion schon gesehen? Ja, die habe ich eben sogar noch bekommen, ja, superschöne Farben. Ich danke dir und ganz viel Spaß noch. Dir auch. Vielen Dank.